hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf famarama crew heute zu einem neuen partydrehvideo ja es kam schon lange kein partydrehvideo mehr von mir und heute gibt es zum allerersten mal dieses item hier zu erdrehen das ist nämlich der münzhelikopter ich freue mich auf jeden fall dass der mit dabei ist dann würde ich sagen starten wir gleich mal rein ich habe hier 97 drehs ungefähr wir schauen einfach mal wie viele wir machen so 50 40 stück werde ich auf jeden fall drehen und dann ist er gleich mal als erstes im hauptpreis mit dabei wir bekommen aber zehn zusi superdünger so münzpferd das habe ich gestern offline erdreht das allererste und dort bekommen wir moosbecken dann gibt es noch mal den münzhelikopter schauen wir mal ob man jetzt uns erdrehen nein wir bekommen eine straußengehege normales jetzt gibt es den magischen pegasus und wir erdrehen nur barma ep jetzt gibt es den feurigen phönix habe ich auf jeden fall auch nichts dagegen wenn ich den erdrehen sollte aber wir bekommen leider nur sternchen so jetzt gibt es die nächste chance für den münzhelikopter und wir drehen leider nur ein kuhjetag also bis jetzt läuft so nicht ganz gut münzpferd ist jetzt drin und wir bekommen das münzpferd jawoll das zweite freu mich auf jeden fall mir da bringt auf jeden fall eine gute box so nächster dreh magischer pegasus ist das hauptgewinnen drin und wir bekommen zehn superfutter das nämlich auf jeden fall auch sehr 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 gerne mit schauen wir mal ob man jetzt das münzpferd noch mal erdrehen nein zehn tubodünger jetzt gibt es wieder den helikopter zu erdrehen er auf jeden fall mega mega geil wenn ich ihn erdrehen würde und wir erdrehen ein handwerksboden so feuriger phönix ist im hauptgewinnen und wir bekommen ihn den feurigen phönix jawoll der zweite hochgewinnen jetzt fehlt nur noch der münzhelikopter dann wäre ich auf jeden fall mega mega zufrieden so wir bekommen einen roten stall nämlich ein scharfstall das nehme ich auf jeden fall auch gerne mit jetzt gibt es den verspielten keverus zum allerersten mal heute zum erdrehen schauen wir mal ob wir uns den schnappen nein wir schnappen uns 14.550 könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr schon den münzhelikopter gezogen habt oder erdreht habt und jetzt bekommen wir eine produktionsstätte vom faunstall so nächste chance nächstes glück vielleicht jetzt schauen wir mal 9700 ep noch mal der magische pegasus jetzt mit dabei und wer drehen die koffermanufaktur kann ich auf jeden fall auch benötigen irgendwann mal aber ich will jetzt den münzhelikopter jetzt ist er wieder mit dabei schauen wir mal ob man jetzt bekommen und nein 14.550 ep wieder das münzpferd ist auch wieder mit dabei schauen wir mal ob wir es jetzt bekommen und wir bekommen es nicht nein ganz knapp wir bekommen den erntehelikopter um eins schade so nächste chance für den münzhelikopter unten haben wir eine menge und da ist er der helikopter yes mein erster münzhelikopter da freue ich mich jetzt auf jeden fall ich habe alles was ich auf jeden fall haben wollte aber ein paar drei werden auf jeden fall noch machen so jetzt haben wir noch mal susi supertöger noch einmal münzpferd das wäre auf jeden fall mega fett ein drittes werden es dann ja wir bekommen moospenny sind auf jeden fall alles im party ticket sich mehr von events und sonstigen angespart habe also nichts gekauft vier sterne drehen wir jetzt schläfriger drache den könnte ich auch noch gerne brauchen und wir bekommen wieder nur moospenny ich hätte lieber das supertöger da oben gehabt und jetzt noch mal den münzhelikopter vielleicht wer weiß nein es ist acht superfutter das nehme ich auf jeden fall auch gerne mit so jetzt gibt es die verspielten keberos die ich jetzt nicht unbedingt benötigen wir bekommen hier nur ein allraunen pulver ich glaube ich bis jetzt der schlechteste das man erdreht dann erdrehe ich jetzt barma ip glaube ich zum allerersten mal heute so münzhelikopter ich glaube bis 65 mache ich noch also 63 sind das noch christlich hebe ich einfach auf und wir bekommen eine goldene banane so schläfriger drache nehme ich auf jeden fall gerne mit und es sind farmtaler zum ersten mal heute zwei stück so bitte noch mal ein münzhelikopter ich hätte nichts dagegen und wir bekommen 20 parfüm so verspielten keber raus gibt es noch mal die hauben aus dem ich gerne mit den zahnarzt bieber aber nicht eine farbmischerei gilt so vorletzter dreh wir drehen uns einen erntehelikopter der zwölf stunden geht sehr gut und jetzt unser letzter dreh und wir bekommen noch mal das münzpferd zum zweiten mal jawohl das hat sich auf jeden fall gelohnt die glaube ich insgesamt 28 30 dreh sowas hat auf jeden fall mega spaß gemacht ich hoffe euch hat das video auf jeden fall gefallen dann würde ich sagen bedanke ich mich fürs zuschauen macht's gut und ciao